Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobaka und hier gibt es eine kleine Info, liebe Freunde. Ich mache diese Info jetzt sehr, sehr kurz, weil ich gerade auch gar keine Zeit mehr habe. Ich gebe euch am Wochenende nochmal eine längere Information darüber, was mir gerade so durch den Kopf geht und warum hier gerade Schicht im Schacht war für eine Woche. Aber ganz kurz nur, es gibt heute wieder ein neues Video, heute eine Folge Disco Elysium. Morgen gibt es Airport CEO und Phoenix Point. Am Samstag bin ich dann auch wieder zu Hause, kann wieder ein bisschen weiter produzieren. Samstagabend würde ich gerne, wenn alles klappt, einen Livestream mit dem neuen Stellaris machen, also mit allen Updates der neuen Fassung. Da sollte es aber auch am Samstag noch eine Folge Stellaris geben, es sollte Mr. Prepper wieder geben und dann geht es so langsam wieder los. Es ist wahnsinnig viel zu tun gewesen, gerade ich pendle zwischen drei unterschiedlichen Städten, fahren mit dem Auto hin und her und da ist das dann manchmal etwas zu viel. Und sowieso gibt es so ein paar Sachen, die ich ändern muss, aber das sage ich ja schon x-mal und da das ein bisschen länger braucht, mache ich das in einem langen Infovideo oder einem längeren, sage ich mal. Ich habe mich entschlossen, euch mal komplett mit reinzunehmen in meine Gedankenwelt. Ich schulde euch sowieso noch ein Video, weil ich beim letzten Mal gesagt habe, wenn dieses Krankheitsvideo auch nochmal Abonnenten generiert, dann mache ich einen Krankheitskanal auf. Das habe ich bisher noch nicht getan, auch wenn tatsächlich Leute wieder Abonnierte haben aufgrund des Videos. Genau, also den Krankenkanal, der ist mir glaube ich zu krass, aber wir schauen mal. Es hat sich auch André, André glaube ich, du würdest auch mit reinkommen als erster Zuschauer-Gast und über deine Rückenprobleme reden, dann wir schauen mal, wie wir das hinkriegen. So, und an dieser Stelle schneide ich nochmal, weil ich natürlich gleich wieder doch angefangen habe, über alles Mögliche zu reden. Das lassen wir jetzt schön bleiben. Genießt die wenigen Videos, die erstmal kommen und am Samstag sehen wir uns nochmal so richtig. Bis dahin, alles Gute, macht's gut, wir sehen uns.